herzlich willkommen in hollywood und ich habe es gerade angedeutet das besondere in hollywood ist glamour stars und success sie sind alle nominiert für den oscar wir sind alle winner und dass sie den hollywood ist win the oscar grundregel nummer eins im showbusiness lautet wer sein publikum überzeugt der gewinnt wenn sie nicht wissen wofür sie kämpfen wenn sie nicht mutig sind und nicht wissen was sie wollen dann werden ihnen die anderen sagen was sie wollen das heißt hier werden wir jetzt eine guideline für jeden einzelnen hier für seinen persönlichen erfolg erarbeiten und die beste effektivste schauspielmethode die es dazu gibt ist method acting und sie haben bestimmt schon der ein oder andere method acting gehört und das ziel bei method acting ist genau das und genau deshalb nutzen es auch die meisten stars eben eine rolle so glaubwürdig zu verkörpern dass wir sagen das ist authentisch das glauben wir obwohl es eine fremde rolle ist wenn es uns gelingt mit unserer persönlichkeit mit unserer winner rolle zu gewinnen dann gewinnen auch wir den oscar welche emotion kommt ihnen ganz spontan wenn sie an ihren job denken wir schauen nach den strategien die die schauspieler nutzen um die passende emotion für die passende rolle zu finden wenn die schauspieler in der lage sind ihre emotionen in sekundenschnelle von manisch depressiv zu liebenswürdig zu switchen dann können sie auch bewusst sich machen dass sie ihre emotionen steuern können dass sie am drücker sind und dass sie der master der situation sind was denken sie wieviel prozent körpersprache wieviel prozent stimme wieviel prozent inhalt für eine gute überzeugende performance notwendig ist der körper lügt nicht die stimme auch nicht stimme ist auch gleichstimmung und hier sind 38 prozent nicht zu unterschätzen hollywood highlights don't take it too seriously nehmen sie das leben nicht zu ernst folgen sie ihrer persönlichen guideline denn die ist natürlich der erste schritt zum team erfolg also hi heinz ich bin der chris und ich bin der super performer ich bin der super perform und ich bin der heinz ja perfekt und bis heinz kriegt ein riesen applaus bravo danke